In meinem letzten Film Videoschnitt für Einsteiger habe ich euch einen ersten Einblick in den Videoschnitt mit DaVinci Resolve gegeben. Heute vertiefen wir das Ganze. Ich zeige euch einen einfachen Weg, um eure Schnitte zu bearbeiten, den Trim-Modus. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Wir sind in DaVinci Resolve Studio Version 18.6, aber alles was ich euch heute zeige, funktioniert in der kostenlosen Version. Das sehen wir jetzt als Grundlage. So weit, so gut. Jetzt wollen wir uns an die Feinarbeit machen und den ein oder anderen Clip in der Länge und in seiner Position verändern. Dazu gibt es den Trim-Modus. Den Trim-Modus kann ich auf zwei Arten aktivieren. Entweder ich klicke auf dieses kleine Icon oder aber ich drücke die Taste T. Auf den ersten Blick passiert noch gar nichts. Der Trim-Modus ist ein cooles Tool, das vier wichtige Funktionen vereint. Und zwar wären das Ripple, Roll, Slip und Slide. Wenn ich im Trim-Modus über einen Clip gehe, kann ich beobachten, wie sich der Cursor ändert, je nach Positionierung. Das wäre Ripple, das wäre Roll, das wäre Slip und das wäre Slide. Schauen wir uns der Reihe nach die Funktionen mal an. Wir beginnen mit Ripple. Was heißt denn eigentlich Ripple? Die englische Übersetzung wäre Welle-Kräuselung. Ripple-Editing bedeutet, ich ändere die Länge eines Clips, während die anderen Clips dabei nicht überschrieben werden. Wie sieht das in der Praxis aus? Wir gehen mit unserem Cursor über den entsprechenden Clip, bis dieses Werkzeug angewählt ist. Dann klicke ich, dann seht ihr jetzt einen weißen Kasten drumherum. Das ist sozusagen das Fleisch, was ich zur Verfügung habe von dem Clip, was noch nicht reingeschnitten worden ist. Und jetzt kann ich beginnen, den Clip entsprechend zu verändern. Ich kann ihn nach vorne verlängern. Und man kann sehr schön sehen, wie sich die Clips in der Timeline entsprechend mit verschieben. Gleiches gilt, wenn ich den Clip kürzen möchte. Ein cooles Tool, was man immer wieder brauchen kann. An dieser Stelle möchte ich euch noch kurz Ripple Delete erklären. Dazu wählen wir einen Clip an und drücken auf der Tastatur die Entfernen-Taste, die Delete-Taste, wie der Name schon sagt. Und jetzt passiert folgendes. Der Clip wird nicht nur gelöscht, es wird auch die Lücke geschlossen und die anderen Clips werden direkt hinten rangezogen. Nächster Modus, Roll. Dabei kann ich zwei Clips gleichzeitig verändern. Ich platziere meinen Cursor über die beiden fraglichen Clips, halte gedrückt und kann dann die beiden Clips verändern. Super simpel und einfach. Und die weiße Box zeigt mir dabei immer das sogenannte Fleisch an. Kommen wir zu Slip. Dabei wird der Inhalt des Clips verschoben. Die In- und Out-Punkte bleiben und die Länge bleibt unverändert. Das heißt, ich kann jetzt quasi den Clip innerhalb der Timeline-Positionierung entsprechend feintunen. Wie funktioniert der? Wir gehen im Trim-Modus über den Clip, bis wir dieses Symbol bekommen. Das bekommen wir, wenn wir uns über dem Thumbnail befinden. Und dann schieben wir einfach lustig hin und her. That's it. Hier möchte ich das ein bisschen verschieben. Ich möchte, dass mehr von dem Biker sichtbar ist. Wunderbar. Perfekt. Dann haben wir zu guter Letzt noch Slide. Dabei wird der komplette Clip auf der Timeline verschoben und seine Länge bleibt unverändert. Den bekomme ich jetzt, wenn ich den Cursor unterhalb von dem Thumbnail platziere. Und jetzt können wir den einfach munter rauf- und runterschieben. Diesen Modus brauche ich zwar weniger in der Praxis, aber es ist gut, wenn man sowas zur Verfügung hat. Das war in Kürze der Trim-Modus. Vier coole Funktionen in einem einzigen Tool vereint. Spielt einfach mal selber damit, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like, eine Weiterempfehlung und natürlich ein Abo. Hier auf meinem Kanal gibt es noch eine Menge weiterer Videos. Und wenn du Lust auf noch mehr bekommen hast, schau gerne mal bei der Wolf Films Academy vorbei. Dort findest du den ultimativen Online-Kurs für Filmemacher. Oder bei arctis.de. Dort gibt es meine Kurse jetzt auch einzeln zu kaufen. Ich verlinke das Ganze in der Beschreibung. Bis bald. Wir sehen uns.